Wie ist die Politik für den Brexit entschieden? Die Briten haben sich für den Brexit entschieden. Das ist für Großbritannien ein schwarzer Tag. Das ist aber auch ein schwarzer Tag für Europa. Die Politik, die über Jahre betrieben worden ist, hat zu diesem Ergebnis geführt. Wir brauchen in Europa einen Wechsel in der Politik. Das große Projekt Europas, des Friedens, Projekt der Kultur, der sozialen Gerechtigkeit droht zu scheitern. Andere Länder könnten folgen. Deshalb, auch in Deutschland, werben für einen Wechsel in der Politik, damit wir ein Europa der Menschen, nicht der Banken und der Konzerne und der Brüsseler Eliten behalten. Das Votum in Großbritannien zeigt, in welchem gerade die Brüsseler Konzernlobbykratie inzwischen den Rückhalt und die Zustimmung von sehr vielen Menschen in Europa verloren hat. Die Debatte ist keine, die allein in Großbritannien geführt wird. Wir sehen auch in anderen europäischen Ländern, dass Parteien, die sich sehr, sehr stark nationalistisch orientieren, Zulauf bekommen. Und natürlich muss man kein Nationalist sein, um diese EU zu kritisieren, sondern im Gegenteil. Die EU mit ihren Verträgen, mit ihrer neoliberalen Ausrichtung hat ja tatsächlich viel dazu beigetragen, dass in diesem heutigen Europa die Ungleichheit immer größer wird, viele Menschen sich abgehängt fühlen, die Mittelschicht schrumpft. Und wenn Europa tatsächlich eine Zukunft haben möchte, dann muss es sich verändern. Dann muss es einen sozialen Neustart geben. Nur dann wird man die Unterstützung und die Sympathie der Menschen zurückgewinnen können. Dafür steht DIE LINKE und dafür treten wir ein. Ich rufe dasn imagem und dafür stimme in den Antrag der Menschen. Ich rufe das nicht. Ich rufe den Menschen im Übrigen. Ich rufe das nicht. Ich rufe die Menschen, die Menschen aus der Höhe. Quest wird weniger als Untersteller. Obsteller im Übrigen. Der ist nicht notwendig. Ich rufe den Menschen. Ich rufe das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020